Ich habe eben hier Konzerte gehört und habe wirklich viel Freude daran gehabt. Ich habe eben hier Konzerte gehört. Der Dichter, der die Ahnung durchträgt, lernscht sich und im Heil getrunken. Der Heim, der nicht einfach sagt, was sagt. Zusammen mit diesem Brief schenke ich Ihnen einige Bilder von mir. Schenke, 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 Schenke. Schenke, Schenke, Schenke. Schenke, Schenke. Schenke, Schenke. Schenke, Schenke. Amen. Amen. Applaus